Welche Faktoren beeinflussen die kreative Entwicklung in der frühen Kindheit? Es gibt viele verschiedene Faktoren, die die kreative Entwicklung in der frühen Kindheit beeinflussen, einschließlich Alter und Erziehung. Kreative Entwicklung in der frühen Kindheit bezieht sich in erster Linie auf den Prozess eines Kindes, das kreatives Denken erforscht, nicht die Entwicklung einer bestimmten kreativen Ästhetik. Möglichkeiten für den kreativen Ausdruck zu haben und für den kreativen Ausdruck gelobt zu werden, kann im späteren Leben mehr Interesse an künstlerischen Aktivitäten wecken. Dies ist jedoch keine strikte Bestimmung der späteren künstlerischen Talente eines Kindes. Für junge Kinder ist kreative Entwicklung die Entwicklung fantasievoller Fähigkeiten, die sich in künstlerischen Aktivitäten äußert. Dies kann visuelle Kunst, Musik und Geschichten erzählen einschließen. In einigen Fällen wird die Entwicklung von der Art und Weise beeinflusst, in der junge Köpfe die Welt sehen, was zu bestimmten Spielmustern führt, die in bestimmten Altersgruppen üblich sind. Alter ist eine der wichtigsten Faktoren, die die kreative Entwicklung in der frühen Kindheit beeinflusst. Kinder unterschiedlichen Alters haben unterschiedliche kreative Fähigkeiten und unterschiedliche Denkweisen über die Welt. In einem bestimmten Entwicklungsstadium unterscheiden Kinder beispielsweise nicht zwischen dem zu zeichnenden Werkzeug und dem zu zeichnenden Bild, so dass sie mit dem Zeichenwerkzeug spielen können, als ob es sich um das dargestellte Objekt handelt. Kleine Kinder verstehen auch nicht immer den Unterschied zwischen einer Zeichenfläche und anderen Flächen, was in der Regel auch ein Altersfaktor ist. Ein weiterer Faktor, der die kreative Entwicklung in der frühen Kindheit beeinflusst, ist die Chance. Kinder, die zum kreativen Spiel ermutigt werden, entwickeln sich in diesem Bereich oft schneller als Kinder, die dies nicht tun. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass Talent und Kreativität in dieser Phase nicht direkt miteinander verbunden sind. Ein Kind, das seine Ideen beim Zeichnen nicht genau darstellen kann, ist höchst kreativ, verfügt jedoch nicht über Koordinationsfähigkeiten. Es ist auch üblich, dass Kinder sich in verschiedenen Bereichen des kreativen Spiels auszeichnen. Faktoren, die sich auf die kreative Entwicklung auswirken, können auch Lernbehinderungen umfassen. Manche Kinder mit Lernschwierigkeiten zeigen keine kreative Entwicklung wie andere Kinder. In bestimmten Fällen kann eine körperliche Behinderung den Anschein einer Lernbehinderung verursachen, wie dies bei tauben Kindern der Fall ist, die nicht leicht lernen, zu sprechen oder zu singen. Lob spielte in der frühen Kindheit eine große Rolle bei der kreativen Entwicklung, da das Lob strukturiert, wie Kinder kreative Arbeit verstehen. Wenn sie die Kinder fragen, was sie zu zeichnen versuchen, wird zum Beispiel der Anstoß gegeben, sich wirklich anzunähern, wie reale Objekte aussehen. Wenn Kinder dazu angehalten werden, Musikinstrumente auf bestimmte Weise zu spielen, können die Ergebnisse auch in bestimmte Richtungen gelenkt werden. Einflüsse von Erwachsenen können eine Rolle bei der kreativen Entwicklung spielen, aber das Erzwingen bestimmter Spielformen kann auch den Fortschritt verhindern.